Ein Toter und mehrere zum Teil schwer verletzte Menschen sind die Bilanz eines schweren Verkehrsunfalls, der sich am zweiten Weihnachtstag auf der L224 in Sieg Jakobsrade ereignet hat. Ein BMW und ein Mercedes waren dort aus bisher unbekannter Ursache zusammengeprallt. Für die eingesetzten Rettungskräfte bot sich an der Unfallstelle ein schreckliches Bild. Während die Front des Mercedes bei dem Crash komplett eingedrückt wurde, fing der BMW nach dem Unfall Feuer und brannte komplett aus. Für den Beifahrer gab es keine Rettung mehr, sagte Kai Bredenkamp von der Freiwilligen Feuerwehr Sieg. Als die erst eindrückenden Einsatzkräfte angekommen sind, das waren die Kameraden der Feuerwehr Sieg, brannte ein BMW in Vollbrand mit einer Person noch im Fahrzeug, die bereits Exitus war. Wir hatten mehrere Schwerstverletzte auf der Straße liegen. Ein weiterer Pkw ist wohl in den brennenden Wagen reingefahren. Wir haben als erstes die Verletztenbetreuung übernommen und dann das Fahrzeug abgelöscht. Wir haben ein massives Aufgebot an Rettungsmitteln angefordert zur Verletztenbetreuung. Zwar Rettungshubschrauber sind hier mehr Rettungswagen unter Not als aus Arnsburg, der hier die Leitung hat. Wir haben dann soweit das Fahrzeug, wie gesagt, abgelöscht und warten jetzt darauf, dass die Fahrzeuge geborgen werden und dass wir dann auch einrücken können. Wir sind hier mit knapp 40 Feuerwehrkräften vor Ort. Das ist einmal die Feuerwehr Sieg mit 20 Kameraden und die Feuerwehr Heusdorf mit 20 Kameraden. Die Rettungsleitstelle hatte ein Großaufgebot von Rettungskräften mit mehreren Notärzten zum Unfallort geschickt. Auch zwei Rettungshubschrauber waren eingesetzt. Die L224 war während der Rettungsarbeiten für längere Zeit voll gesperrt. Wie es zu dem tödlichen Unfall kommen konnte, ist zurzeit noch unklar. Die Polizei nahm am Unfallort die Ermittlungen auf.